und zurück zu der last guardian auf dem weg zu dem weißen turm ich glaube wir sind schon ziemlich nah dran weit kann er nicht mehr weg sein oder weit kann er nicht mehr er ist nicht mehr weit weg aber jetzt schauen wir da am besten hin kommen wir haben uns hier in der letzten folge schon sehr gut hochgearbeitet und ich denke wir müssen noch weiter hoch genau da denke ich mal geht es weiter tricot guckst du dich hin soll sie hoch springen irgendwie sind seine hörner gewachsen oder kommt mir das bloß so vor nicht da was machst du denn hier raus jetzt komm kriegst du hier ein fass oder was hier ist doch kein fass hier raus komm frico ah genau da müssen wir hin hier ist doch nicht mensch jetzt springt hoch da komm jetzt zieht er wieder rum geht hoch was ist denn jetzt hier da muss schon dahin gemähtes sage da geht es nicht weiter müssen doch da hoch hier kommt mir jetzt hier kommt mir jetzt Geht der? Geht der? Oh, komm. Nein, die Runzigerie. Jetzt spring halt, mei. Das hat das Feuer nicht gemacht. Okay. Geht doch. Jetzt da hochkommen. Oh, mach doch den Spiegel, Mensch. Nein, also wirklich. Mach doch, machst du den? Nein. Ach, der ballert in die Speere da rein. Nimm mal dort statt den blöden Spiegel da. Das gibt's doch gar nicht. Nee, schieß halt. Ja, hin. Geht doch. Muss ich mal wiederholen, Rika. Er springt weiter hoch. Mein Gott. Geht doch, Rika. Geht doch, Rika. So, jetzt schauen wir mal. Ich will wieder nochmal hoch zu gehen. Schauen wir mal, ob du irgendwo Speere drin hast. Da ist ein Speer. Okay. So, jetzt probieren wir es nochmal los. So, und da hoch jetzt, komm. Okay, da rüber. Da rüber, los. Alles klar. So. Hier oben geht es nicht weiter. Oder? Okay. So, schauen wir mal hier rein. Mal sehen, wo weiter geht. Ist hier irgendwas? Okay, hier kann man rausgehen auf jeden Fall. Ah, okay. Alles klar. So, hier oben geht es. So, hier oben geht es. ich bin schon ich doch was sie runterfällt es ist gleich vorbei sonst okay hier ist ein Hebel Ok, das erste Element hätten wir. Wollen wir schauen, wie ich am besten wieder runterkomme. Ok, oder können wir gleich hier durchspringen? Ne, kommen wir nicht durch. Bäh, scheiß Weg wieder zurückgehen. Boah! Ok. Rage, Inga! Mei, der lässt ja mich fallen. So, ist die blöde Brücke jetzt ausgefahren? Oder muss ich das nochmal machen? Nein, ich flippe aus. Was machst du denn? Boah, jetzt muss ich das nochmal machen. Nein! Wenn er das nicht speichern tut. Da hätte es echt blöd gemacht. Teilweise mit der Steuerung hier. Geh, ich schau mal. Komm herz, komm herz. Jetzt schau mal, kann ich speichern? Option, ne. Weißt du was? Ich geh jetzt komplett außen rum. Ich hab Bock, dass ich hier nochmal runterfahre. Ich muss nur den Sprung schaffen. Okay. So. Okay. Hoch zum Tirico. Tirico. Da müsst ihr jetzt eigentlich darüber jumpen können. So. Okay, dann dreh den mal um. Da wollen wir lang. Sag doch mal, hier haben wir ein Spiel noch was. Okay. Nummer eins. Und raus. los. So. Dann drehen wir um. Oh, komm jetzt. Wir sind dick dick. jetzt würde ich ihn zuerst hier eingehen ja ich bin ja schon da jetzt rüber mit dir ok der nimm mal anlauf jetzt muss ja locker schaffen eigentlich darüber jetzt sehr gut so kannst du gut hinfliegen die rücker m m hier oben ist eine treppe Hier rauf Hoch, hoch, hoch Hoch gehen, Mensch Halsbrecherisch Okay, hier ist ein kleines Loch Lalalalalala Da hoch, okay Boah, Fallen muss nicht runter, Mensch Okay Okay Jetzt hoffen wir, dass ich hier runter springen kann, weil sonst flippt ja aus Ich lasse mich jetzt einfach hier runter fallen Okay Ich fahr zwar schon um Dankeschön Erstmal verschnaufen Ja, ich muss mal Streichlein hätten Ja, ich muss mal Streichlein hätten Ja, ich muss mal Streichlein hätten Okay Okay, er zeigt auf dem weißen Turm Oder er geht auf jeden Fall da hinzu Drauf zu Ja, ich muss mal Streichlein hätten Ich muss mal Streichlein hätten Ich muss mal Streichlein hätten Akea! We done look crazy. Okay, jetzt irgendeine Musik. Oh Gott, was passiert jetzt grad? Oh, wo macht der jetzt? Wo ist der Fallen, Mensch? Der sollte eigentlich zum weißen Turm gehen, Mensch. Okay, ich vermute schon was. Das ist eine Art Rampe für ihn. Zum Anlauf nehmen, okay. Yeah! Yeah, kann fliegen. Sehr gut. Okay, wer schießt da? Okay, wer schießt da? Wie? Kann ich irgendwas machen hier? Die anderen schafft der alleine. Okay. Na, man wird irgendwo doch hochkommen. Da waren nämlich die Spärtypen. Schöne, bitte, ja. Ich nehme lieber mal mit. Okay, hier ist zu. Boah, da würde es hochgehen, gell? Da würde es auf jeden Fall reingehen, okay. Aber ich denke, dass wir mit ihm bestimmt hochspringen müssen. Ich habe ihn. Boi Da muss keiner da oben wegschießen. Da kommt ja noch Mensch. Okay, jetzt schießt die da oben weg, komm. Kinder. Schießt. Schauen wir mal aus hier. Tschüss. Okay, denen da noch. Tschüss. Okay. Gut, jetzt kommen wir hier. Jetzt werden wir da eine Speere entfernen. Bestimmt ein Haufen drin, oder? Wo ist es? Geht er nicht, gell? Hinten habe ich irgendwann gesehen. Ah, da. Okay, ist noch irgendwo ein? Wo wir ihn drin stecken. Schaut nicht so aus. Okay. Dann hätten wir das hier auch. Schaut auch noch irgendwo so ein Bitter Speer drin ist. Ich soll es euch. Okay. Jetzt gehe ich auch mal darüber, weil ich glaube nämlich... Das war nämlich so ein leuchtendes Teil vor dem Tor. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir da den Spiegel einsetzen? Ja, hier denke ich nämlich, könnte man den Spiegel einsetzen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir da drauf schießen müssen, aber okay. Mal los, komm. Geh mal da rein. So, hier geht's runter. Kommt der hier rein? Oh, hier ist kalt. Okay, hier kann man auch den Spiegel einsetzen. Unten ist aber auch noch eine Ebene. Okay, alles klar. Lassen wir den mal ein. Wenn wir jetzt doch hochfahren, werden wir jetzt zerquetscht, oder? Oder geht es dann auf, wenn wir oben sind? Dann probieren wir es nochmal. Oh, nee, nee. Okay. Da werden wir zerquetscht. Ich muss irgendwie da runter. Kann ich hier runter springen? Nee. Nee, der mag ja nicht. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Ah, okay. Okay, ich glaube, da muss ich nicht runter. Was ist denn das hier alles? Okay. Was ist das hier? Okay. Oh, mein Gott. Ich kann das mal anschauen, ob wir wegkriegen können. Okay, hier ist ein Spiegel. Hier ist ein Spiegel. Boah. Boah. Das muss ich eigentlich gehen, oder? Okay, es funktioniert schon mal. Okay, dann kann ich ja die alle so fertig machen. So, nehmen wir erst mal den hier. Nehm. Lassen wir den da ein. Komm, du zu mir. Komm, 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 komm. Jump. Jump, 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 jump. Hey, du kommst ja neben dir nicht her. Uffi. Uffi. Baaam. Okay. Nehmen wir den gleich mit, oder? Dann gehen wir gleich zum nächsten. Neh, ich weiß doch gar nicht mehr, oder? Ist hier noch ein Relais? Ne. Ach, da vorne ist noch einer. Sagen wir mal, wir machen jetzt erst mal alle down. Schieß. Okay. So, da ist noch einer. So, da ist noch einer. So, schauen wir mal, ist jetzt hier noch einer da, oder nicht? Ah, okay. Da ist noch einer. So, da ist noch einer. So, da ist noch einer. Hier ist einer. So, müssten, glaube ich, alle gewesen sein. Genau, jetzt löchne ich nämlich mehr Schilder. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch keiner mehr. Okay. Dann würde ich sagen... Ah, okay. Ah, okay. Alles klar. Versteh. Jetzt noch mal eins. Okay. Okay, sobald die Leuchten Symbole an dem Schalter weg sind, ist es aktiviert, denke ich mir. Okay. 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 So, okay. Okay. So, wenn ich den Schwanz wieder raufkomme, wenn ich jetzt sterbe, wenn man hinspringt, drehe ich durch. Okay. 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 Oh, nein, du sagst. Okay. So, ich muss es auch gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020